Der Brühl ist eine der ältesten Straßen in Leipzig. Er hatte bis zum Zweiten Weltkrieg den Ruf als Weltstraße der Pilze, war die bedeutendste Straße der Stadt und trug wesentlich zu Leipzigs Weltruf als Handelsmetropole bei. Einige Zeit erwirtschafteten die dort ansässigen Unternehmen der Rauchwarenbranche den größten Anteil der Steuereinnahmen Leipzigs. Im Gebäude des Gasthofs zum Roten und Weißen Löwen wurde Richard Wagner geboren. Der Brühl wurde im Zweiten Weltkrieg größtenteils zerstört. In der DDR war er von Wohnhochhäusern in modernistischer Art und durch teilsanierte Altbauten geprägt. Nach der Wende erhielten einige Häuser ihre Jugendstilfassade wieder, es entstanden neue Gebäude in zeitgenössischer Postmoderne. Der Rückbau der Wohnhochhäuser am Brühl hatte eine erhebliche Bauwüste in der Innenstadt zur Folge. Anliegende Geschäfte beklagen hohe Umsatzeinbrüche, Immobilienbesitzer die zunehmende Entmietung. Im Herbst 2012 wurde durch die Höfe am Brühl die Baulücke geschlossen und die Straße erhielt ihre Bedeutung als zentrale Einkaufsstraße teilweise. Zurück, die sie schon einmal zwischen den Weltkriegen hatte, Lage. Der Brühl ist eine Anliegerstraße in der nördlichen Leipziger Altstadt. Vom westlichen Richard-Wagner-Platz führt die Straße an den südlichen Querstraßen große Fleischergasse, Heinstraße, Katharinenstraße, Reichsstraße, der Kreuzende Nikolaisstraße und der Ritterstraße vorbei und mündet im Osten in die Goethe-Straße. Vom Brühl in Richtung Norden ab Zweigende Nebenstraßen ist die Dehnbrühl-Kreuzende Nikolaisstraße. Die Straße am Halleschen-Tor gegenüber der Reichsstraße und die Ritterpassage als Verlängerung der Ritterstraße. Der Brühl verläuft auf einer Länge von etwa 580 Meter von West nach Ost, knickt aber in Höhe Reichsstraße leicht nach Südost. Die gerartzahligen Hausnummern befinden sich auf der südlichen Straßenseite, die ungeraden auf der Nordseite. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Brühl über die Straßenbahnhaltestellen am Trendline-Ring im Nordwesten und auf dem Willy-Brandt-Platz im Nordosten zu erreichen. Dahinter liegt der Leipziger Hauptbahnhof, der mit Zielen in ganz Deutschland verbunden ist. Der Brühl kann über die Goethe-Straße mit dem Kraftfahrzeug befahren werden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 Kilometer pro Stunde. Kostenpflichtige Kurzzeitparkplätze sind in begrenztem Umfang in der Zone mit eingeschränktem Haltverbot vorhanden. Im westlichen Verlauf der Straße ist der Brühl eine Fußgängerzone. Es gibt keinen Radweg.